In einer Ära, in der Antibiotika-Resistenzen eine wachsende globale Herausforderung darstellen, rücken natürliche Heilmittel immer stärker in den Fokus. Kräuter, die in verschiedenen Kulturen seit Jahrhunderten für ihre heilenden Eigenschaften geschätzt werden, bieten eine faszinierende Alternative zur modernen Medizin. In diesem Video erforschen wir die Welt der Kräuterheilkunde und stellen sechs besondere Kräuter vor, die für ihre antibiotischen Eigenschaften bekannt sind. Diese natürlichen Wunder bieten nicht nur einzigartige therapeutische Vorteile, sondern sind auch eine Bereicherung für die tägliche Gesundheitsroutine. Tauche ein in die Welt der natürlichen Antibiotika und entdecke, wie traditionelles Wissen und moderne Forschung Hand in Hand gehen, um effektive, gesundheitsfördernde Lösungen zu bieten. Hier sind sechs Kräuter, die als natürliche Antibiotika wirken. 1. Knoblauch Knoblauch ist nicht nur ein wesentliches Küchengewürz, sondern auch ein kraftvolles, natürliches Antibiotikum. Der Schlüssel zu seiner antibakteriellen Wirkung liegt in einer Verbindung namens Alicin. Dieser Wirkstoff hat in Studien beeindruckende Ergebnisse gegen eine breite Palette von Bakterien gezeigt, sogar gegen einige antibiotikaresistente Stämme. Eine der besten Methoden, Knoblauch zu konsumieren, ist in seiner rohen Form. Wenn Knoblauch zerquetscht oder zerkleinert wird, erhöht sich die Verfügbarkeit von Alicin. Eine weitere interessante Anwendung ist das Einlegen von rohem Knoblauch in Olivenöl, was zusätzlich die Aufnahme erleichtert. Es ist wichtig zu beachten, dass Knoblauch in einigen Fällen Magenbeschwerden verursachen kann und nicht mit bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Blutverdünnern, kombiniert werden sollte. 2. Ingwer Ingwer ist weit mehr als ein Gewürz für Küche und Tee. Er besitzt bemerkenswerte entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, die ihn zu einem wirkungsvollen natürlichen Heilmittel machen. Ingwer ist besonders wirksam bei der Bekämpfung von Erkältungssymptomen und kann helfen, Übelkeit zu lindern. Zudem zeigt er Aktivität gegen eine Vielzahl von Bakterien, die Magen-Darm-Infektionen verursachen. Die beste Art, Ingwer zu konsumieren, ist frisch, als Teil der täglichen Ernährung oder in Form von Tee. Ingwer kann auch als Tinktur oder in Kapselform eingenommen werden. Wie bei allen natürlichen Heilmitteln sollte man bei der Verwendung von Ingwer vorsichtig sein, insbesondere wenn man schwanger ist oder blutverdünnende Medikamente einnimmt. 3. Oreganoöl Oreganoöl, insbesondere das aus wildem Oregano, Oregano vulgare, enthält die Wirkstoffe Carvacrol und Thymol, die für ihre starken antibakteriellen Eigenschaften bekannt sind. Oreganoöl wird oft zur Unterstützung des Immunsystems und zur Bekämpfung bakterieller Infektionen eingesetzt. Es ist wirksam gegen verschiedene Bakterienstämme, einschließlich solcher, die Atemwegs- und Verdauungsinfektionen verursachen. Oreganoöl kann in Kapselform eingenommen oder verdünnt auf der Haut aufgetragen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung in einem Diffusor als ätherisches Öl, um die Atemwege zu befreien. 4. Echinacea Echinacea, auch bekannt als Sonnenhut, wird traditionell zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen und Grippe verwendet. Diese Pflanze stärkt das Immunsystem und hat antimikrobielle Eigenschaften, die sie effektiv gegen eine Reihe von Infektionen machen. Echinacea ist in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Tee, Tinktur und Kapseln. Eine regelmäßige Einnahme kann das Immunsystem stärken und die Erholungszeit, BI-Erkältungen verkürzen. Bei längerer Anwendung sollte jedoch eine Pause eingelegt werden, um die Wirksamkeit zu erhalten. 5. Thymian Thymian ist ein weit verbreitetes Küchenkraut mit starken antibakteriellen und antimikotischen Eigenschaften. Thymol, eine seiner Hauptkomponenten, ist besonders wirksam gegen Bakterien, die Atemwegsinfektionen und Husten verursachen. Thymian kann als Tee getrunken werden, der bei Erkältungen und Halsentzündungen lindernd wirkt. Für einen Thymian-Tee frische oder getrocknete Blätter mit heißem Wasser aufgießen. Thymian-Öl kann auch verdünnt als natürliches Desinfektionsmittel verwendet werden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Thymian-Öl in konzentrierter Form hautreizend sein kann und daher mit Vorsicht angewendet werden sollte. 6. Goldrute Goldrute ist ein oft übersehenes Kraut, das für seine entzündungshemmenden und antimikrobiellen Eigenschaften bekannt ist. Es wird traditionell zur Behandlung von Harnwegsinfektionen und Entzündungen des Harntrakts eingesetzt. Goldrute ist in Form von Tee oder Tinktur erhältlich und wird für ihre Fähigkeit geschätzt, das Immunsystem zu stärken und die körpereigenen Abwehrkräfte zu unterstützen. Die regelmäßige Einnahme von Goldruten-Tee kann helfen, die Harnwege zu reinigen und Infektionen vorzubeugen. Goldrute enthält auch Flavonoide und Saponine, die zur Linderung von Entzündungen beitragen. Es ist jedoch wichtig, bei der Verwendung von Goldrute Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei Menschen mit Nierenerkrankungen oder Allergien gegenüber Pflanzen der Asteraceae-Familie. Insgesamt bieten diese 6 Kräuter eine faszinierende Einblicke in die natürliche Welt der Heilpflanzen. Sie sind nicht nur eine Quelle für alternative Behandlungsmöglichkeiten, sondern auch ein Zeugnis für die Weisheit traditioneller Heilmethoden. Während Sie eine wertvolle Ergänzung für die häusliche Gesundheitsvorsorge darstellen können, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie keine professionelle medizinische Behandlung ersetzen. Bei ernsthaften oder anhaltenden Gesundheitsproblemen sollte immer der Rat eines Arztes eingeholt werden. In diesem Video haben wir eine faszinierende Reise durch die Welt der Kräuterheilkunde unternommen, um 6 außergewöhnliche Kräuter zu entdecken, die als natürliche Antibiotika wirken können. Knoblauch mit seiner mächtigen Alligien-Komponente, Ingwer mit seinen entzündungshemmenden und antimikrobiellen Eigenschaften, Oreganoöl, reich an Carvacol und Thymol, Echinacea als Immunsystem-Booster, Thymian mit seinem kraftvollen Thymol und Goldrute mit ihren entzündungshemmenden und antimikrobiellen Wirkungen, zeigen uns, wie die Natur effektive Lösungen für Gesundheitsprobleme bietet. Diese Kräuter sind nicht nur Zeugen jahrhundertealter Heiltraditionen, sondern auch ein Beleg für das immense Potenzial, das in der natürlichen Welt liegt. Ihre vielfältigen Eigenschaften machen sie zu einer wertvollen Ergänzung in der täglichen Gesundheitspflege und bieten eine alternative Perspektive zur herkömmlichen medizinischen Behandlung. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Kräuter keine ärztlich verschriebenen Medikamente ersetzen. Sie sollten als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur Gesundheitspflege betrachtet werden, der sowohl traditionelle als auch moderne medizinische Praktiken berücksichtigt. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn Erfahrungen mit diesen oder anderen natürlichen Heilmitteln vorliegen, freuen wir uns über einen Austausch in den Kommentaren. Teile dieses Video mit Freunden und Familie, die sich für natürliche Gesundheitslösungen interessieren. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Gesundheitstipps und Informationen zu verpassen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal!